Puh! Yes! Puh! 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 Du musst strecken hier! Puh! 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 Okay, man soll es nicht übertreiben. Man soll es ernsthaft nicht übertreiben. So die selben Ranzpolen, die eben da auch? No offense. Was? Wie habe ich das vergeigt, Alter? The hell is that? Wie habe ich das bitte schön vergeigt? Wie habe ich denn das bitte schön vergeigt? Der Puller hat mich auf Steam geedit. Yes! Your fucking Hals ist tot, Alter. Komm, das wird ein Wallpaper, oder? Your fucking Hals ist tot, das wird ein T-Shirt. Where did you go? My lovely I wanna know! Oh, da ist er, okay. Multikiller. Jaha! Was macht er denn da? Spuren lesen, oder was? Oh, wo sind sie hin? Ich sehe es an ihrem... So, weiter geht's. Diese Facecam wurde gebracht von bei... ...Nivea. Wir machen hässlich noch hässlicher. So, weiter geht's. Ich bin Gewichtheber. Ich trage meine Mutter jeden Abend ins Bett. Die sind doch da oben. Man! Man darf ja nicht so viel aus der Hüfte schießen, sonst kriegt man einen Bandscheibenvorfall. Oh, was? Oh, nicht ernsthaft. Okay, 7-7-7, weißt du was? Lädt mich doch. Okay, das war ein Arschloch-Kill. Das sieht man nicht. Kill ist Kill. Alright. Good. Alright. Die Schweine sind schon wieder im Cockpit. Im Schwanzpit. Mein Name ist Brad Schwanzpit. Hell, what? Down! Wollen wir ein bisschen den Spawn campen? Das wär's auch. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo... Gott, zum Glück ist der da umgegangen. Schlecht, keine Deckung. Ah, Gott! Ich wollte ein Messer an. Scheiße. Ähm... Tot? Ne, das war ja nicht er, ne? Das war irgendwas anderes. Wow! Scheiße! Okay. Gut. Na, ich hasse das. Wie kriegen die so ne scheiß... Gein... Uh... Uh... Äh... Banner eigentlich hin. Die sich so bewegen und glitzern und so weiter. Hätte ich voll Interesse dran. Nein! Immer wenn ich ab... Immer wenn ich fucking... Nachlade. So, ne Runde aufs Laufrad. Scheiße! Wo war der denn jetzt her? Das war ja mal eine Scheiß-Vollwechslung. Uh... Langsam wird's aber echt spannend hier. Stirb noch nicht mal wegen mir. Das ist enttäuschend. Headshot... Birch! Oh mein Gott, Noob Shotgun! Bitch is talking, man! Übrigens, ja, ich fühle mich extrem cool, wenn ich so rede. Ich harte Parker. Das kam aber extrem... Schnell danach. Oh mein Gott. Zielsuche. Äh... Was war das? Im Leben nicht! Scheiße. Aber komm, es könnte schlimmer werden. Okay, es ist schlimmer geworden. Gott, den haben wir grad noch so gesehen. Scheiße! Scheiße! Bin ich noch, ey, dritter. Immerhin, oder? Erster, zweiter, dritter. Ah, Kinder. Selten so ne spannende Geschichte gehabt. Nee. Gott,트를 Nein. Okay! Untertitelung des ZDF, 2020